Killers of the Flower Moon, der neueste Film von Martin Scorsese, kommt am 19. Oktober in die deutschen Kinos. Nun wurde bekannt, dass das Historiendrama mit Leonardo DiCaprio fast vier Stunden lang sein soll. Anderen Berichten zufolge hat der Film eine Länge von 3 Stunden und 20 Minuten und wäre damit immerhin 10 Minuten kürzer als Scorseses letzter Film The Irishman, der sein bisher längstes Werk darstellt. Nachdem Variety über die deutliche Überlänge berichtete, reagierten einige Fans bei Twitter skeptisch. Ich mag lange Filme, also stört mich die Laufzeit nicht, aber wenn es so ist wie bei The Irishman, wird der Film bis zum Erscheinen ein Twitter-Liebling sein und die Leute werden ihn vergessen, weil sie nicht fast vier Stunden gefesselt waren, schrieb beispielsweise ein User. I like long movies so I really don't mind the runtime but if it's anything like The Irishman, it'll be a Twitter darling right up until it comes out and people will forget about it. Becast e-während ins Road for nearly four aus. Leo, at Fresh Start 512, April 1, 2023 mit einem geschätzten Budget von 200 Millionen US-Dollar kann der Film auch was die Produktionskosten angeht mit The Irishman mithalten. Die Kosten für den Netflix-Film beliefen sich je nach Bericht auf 160 bis hin zu 250 Millionen US-Dollar. Erneut wird auch Scorsese, Liebling Robert De Niro zu sehen sein. Als Grundlage für das Western-Drama diente David Grenz gleichnamiges Nicht-Fiktion als Buch. Auch angesiedelt in den 1920er Jahren in Oklahoma, behandeln Buch und Film die Ermordung mehrerer Osage, First Nations und die Ermittlung des noch frischen FBI's. Nachdem der Film in den Kinos lief, wird er über Apple TV abrufbar sein, die sich dafür die Rechte sicherten.